Voll die besondere Aktion ist heute noch geplant. Wir bauen gerade auf für die Wasserperlenparty heute Nachmittag. Kommt doch auch dazu, wenn ihr Lust habt. Kommt mit zu den Sommers, kommt mit nach Burghausen. Wir zeigen euch heute unsere kleine Welt. Los geht's! Emma und Nils kommen auch gleich. Wir haben uns zum Eisessen verabredet. Ich habe vorhin auf dem Plakat gesehen, dass heute die Wasserperlenparty ist im Erlebnis-Schwimmbad. Ja, da gehen wir hin. Das sind Leuchtwasserperlen, die leuchten im Dunkeln. Mega cool. Das ist ja krass. Das hört sich voll cool an. Ist es auch. Ich wollte eigentlich auch hingehen, aber ich muss heute Mittag leider arbeiten. Schade. Ja, das finde ich auch. So, aber jetzt mal zum Eis. Was möchtet ihr denn für eins? Zweimal Bananen und einmal Ebbeer, bitte. Ich freue mich schon auf die Leuchtwasserperlen, wie die leuchten im Dunkeln. Ich auch. Es wird sicher schön. Da, da, was sieht das? Maria und Finn kommen heute auch. Danke, Wasserperlen. Hast du die Wasserperlen alle verteilt? Ja, die großen Becken sind alle voll. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten zur Deko. Das sieht schon richtig toll aus. Ja, finde ich auch. Das wird sicher der Knaller heute Nachmittag. Die Wasserperlen in dem großen Blatt machen sich richtig gut. Das Rutschbecken ist fertig vorbereitet. Ich befestige noch die Lichterketten. Rechts vielleicht noch ein bisschen höher. Alles klar, mache ich. Die Beleuchtung ist fertig angeschlossen. Lass uns mal eine Lichtprobe machen. Ich bin bereit. Drückst du drauf? Vorsicht, Test! Wow, das ist ja der Hammer. Ich würde sagen, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dann kann es bald losgehen. Wann geht es endlich los? In fünf Minuten können wir eigentlich schon los. Es ist alles gepackt. Ich freue mich so auf die Leuchtwasserperlen. Los geht's! Rein ins Vergnügen! Vier Tickets für die Sonderveranstaltung Wasserperlen bitte. Zwei Kinder und zwei Erwachsene. Na klar, ich wünsche euch viel Spaß im Wasserperlenbad. Danke! Toll hier! Ja, finde ich auch. Zum Wohl! Zum Wohl! Der Kokos-Shake ist einfach immer ein Highlight. Die Kinder sind schon rüber ins Erlebnisbecken. Lass uns da auch gleich nachgehen. Das ist ja der Hammer hier. Wie das alles leuchtet und funkelt. Mega cool! Super gemacht! Ist das toll hier! Gefällt es euch hier, Kinder? Ja! Ja! Das macht so Spaß, mit den Wasserperlen zu spielen. Voll der gemütliche Platz hier. Hallo Ronja! Cool, dass du auch hier bist. Finde ich auch. Ich auch. Da, da, Fingli! Da, da, Fina! Kissi! Da, da! Rutsch! Rutsch, rutsch, rutsch! Da, Lucy! Du auch gleich drin! Kommt, lasst uns rutschen gehen. Au ja, gute Idee! Ja, das ist super! Voll was Besonderes, in die Perlen zu rutschen. Rutschala! Bahn frei! Aus dem Weg! Boah, ist das cool! Ja! Voll gemütlich hier. Irgendwie ganz seltsam in diesen Perlen. So glitschig, aber trotzdem total cool. Nachher machen sie noch diesen Spezialeffekt. Licht aus und die Perlen leuchten dann. Ich bin schon echt gespannt. Komm, lass uns ins Wasser springen. Ja, gerne. Aus dem Weg, wir kommen! Macht das Spaß! Das macht echt Spaß! Es ist soweit. Seid ihr bereit für den absoluten Leuchtspaß im Dunkeln? Ja! Ja! Ja, das ist super! Oh ja! Oh ja! Das ist ja krass! Ist das cool hier! Herrlich hier! Das ist so cool! Oh, ich freue mich! Gagami! Auch toll! Ja, ja! So schön blau! Krass, wie das alles leuchtet! Mega-Effekt! Wie Märchen, wo die Meerjungfrauen schwimmen. Voll dunkel und leuchterig. Das macht so Spaß! Was für ein krasser Effekt! Super! Was für eine coole Veranstaltung! Wir genießen hier noch den Abend. Wir hoffen, ihr habt auch einen schönen Abend. Und kommt bald wieder auf unseren Kanal und schaut weitere Folgen von uns. Wir freuen uns darüber. Tschüss, eure Familie Sommer!